Heute sprechen wir über den VCP-Prozess. Bist du wirklich so vernetzt, wie du denkst? Machst du aus deinen Kontakten bereits Kapital? Der VCP-Prozess hilft dir dabei. Was ist das? VCP wie ECP steht für V wie Visibility, C wie Credibility und P wie Profitability. Das heisst, bist du sichtbar, bist du glaubwürdig und bist du profitabel in deinen Netzwerken und mit deinen Kontakten? Es macht einen grossen Unterschied, ob dich die Leute einfach sehen, dann bist du nämlich on Visibility, nicht sichtbar, oder ob dich die Leute bei Namen, Vornamen kennen und wissen, was du tust, dann bist du sichtbar, Visibility. Das ist der Grundstein jeder Geschäfts- bzw. Aufbauphase. Die Glaubwürdigkeit folgt, wenn du überzeugst, wenn man dir glaubt, was du sagst. Und erst dann ist der nächste Schritt zur Rentabilität auch möglich. Nicht alle deine Kontakte können in der Profitabilität oder auch schon nur in der Glaubwürdigkeit sein. Die meisten sind und werden immer in der Visibility stehen und auch bleiben. Auch gut so. Das Interessante ist daran, wo setzt du deine Zeit jetzt nun ein, um deine sichtbaren Kontakte auch glaubwürdig zu machen und dann auch profitabel zu machen. Acentive, mach aus deinen Kontakten Kapital.